Hallo Ingrid, herzlich willkommen. Guten Morgen, Gruß vom Schwarzwald zu dir ins Allgäu und hier der Schwarzwald und ich und wir freuen uns schon, dass bald in zwei Wochen, glaube ich schon, in einer Woche schon, mit einer Clearing Night hier in Baden-Baden sein wird. Ja, magst du mal erklären, was überhaupt eine Clearing Night ist? Ja, super gerne. Erstmal danke Verena, freut mich riesig, dass wir uns heute auf Zoom kurz treffen und ja, dass einfach ein bisschen deutlicher und verständlicher für manche Leute dadurch machen können. Eine Clearing Night findet also nicht unbedingt am Abend statt, die kann auch am Nachmittag stattfinden und hat einfach den Hintergrund, dass man sich so zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, es unterschiedlich trifft mit Leuten. Es ist so wie so ein kleiner, wie so ein Minikurs eigentlich und zu einem Topic-Thema, also ein Thema, das man wählt, um das herum alle Fragen, Situationen, Themen, die auftauchen bei den Teilnehmern oder die ich einfach aus Erfahrung so zum Start von meiner Erfahrung, von dem, was ich selber erlebt habe, von dem, was ich schon mit Leuten damit zu tun hatte, vorstellt, darüber spricht, andere Sichtweisen einlädt, mit Fragen auch zu anderen Möglichkeiten kommt. Und die Grundidee ist, dass man einfach so ein Thema mal von anderen Seiten anschaut, andere Erfahrungen bekommt, aber auch Werkzeuge, um mit mehr Leichtigkeit damit umgehen zu können, vor allem mit Themen, die sind. Und das kann manchmal passiert bei so Kieren weit mehr, als man sich vorher vorgestellt hat und dachte. Also meine Tochter macht manchmal mit und ist dann immer völlig von den Socken, weil sie sagt bei diesen zwei Stunden Sachen, wo sie dachte, naja, da setze ich mich mal mit rein, sind oft die größten Veränderungen danach. Kann ich auch nicht. Ja, wir haben ja mindestens das Thema uns auch ausgesucht, alles rund um Familie. Magst du da noch ein bisschen was erzählen, für wen das dann, eine Familie hat jeder, für wen das so eine Cheering Night Band geeignet? Was denkst du denn? Also ich denke, spannend ist ja, Familie hat jeder. Also in irgendeiner Familie wurde jeder geboren. Und manche haben dann sich eine eigene Familie noch gesucht, manche sogar zwei oder drei. Die Patchwork-Familien nehmen ja auch zu. Und es ist im Grunde für jeden geeignet, der mit Familie irgendwas zu tun hat. Und nicht nur für die, wo es klemmt. Manchmal ist es auch für die, wo alles super läuft, spannend, weil sie sicher auch in ihrer Umgebung Freundinnen, Freunde, Bekannte, Mitarbeiter, Kollegen haben, wo es eben nicht immer nur leicht läuft. Also interessant ist es sicher für jeden, der mit Familie irgendwas zu tun hat. Und es geht ja nicht darum, dass es falsch oder richtig ist, sondern wie viel Leichtigkeit kann ich damit haben. Und auch wenn ich schon Leichtigkeit habe, es könnte ja noch mehr Leichtigkeit geben. Und ich hatte mal den Fall, dass ich mir dachte, an einer bestimmten Stelle mit Familie habe ich überhaupt kein Problem. Das war so ein Beschluss in mir. Postwendend innerhalb einer Woche hatte ich dann wirklich das Gegenteil so auf dem Tisch, dass ich mir dachte, oh wow, das wollte ich vorher noch gar nicht anschauen. Und war dann ganz froh, dass es sich gezeigt hat. Also ich will jetzt noch gar nicht so tief in das Thema einsteigen. Jetzt so, wenn man so, also ich merke so gerade in Gesprächen ganz viel mit meinen Klären oder auch mit Freunden so, dass dieses Thema Familie im Moment unglaublich hoch bleibt. Nicht in diesem Sinne von Leichtigkeit, wo du sagst, sondern so mit so einer ganz großen Schwere. Was ist denn das, dass man manchmal so in diesen Familientramen und Traumas drin hängt, wo dann in unterschiedlichen Situationen, die jetzt gar nichts mit der Familie zu tun haben, wieder aufblocken? Also zum einen, da gibt es glaube ich jetzt zigtausend Möglichkeiten, die dazu führen, die das beinhalten, die das begleiten. Ein paar Klassiker wäre zum Beispiel, wenn du immer in die Stadt von einer bestimmten Straße reinfährst und plötzlich hast du eine Umleitung, weil da gebaut wird, kommst du in die gleiche Stadt plötzlich von der anderen Seite rein und denkst dir, wow, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also wie viel ist Gewohnheit, wie viel ist übernommenes Muster von Eltern, Geschwistern, dass man gar nicht merkt, dass man immer auf die gleiche Weise reagiert in bestimmten Situationen? Und zum Beispiel bei klassischen Familienfeiern, wie viel spürst du den Stress von allen, die da sind und glaubst, es ist deiner? Also ganz, ganz häufig sitzt man dann in diesem Familienfeld drin und glauben, das haben nur wir. Wir sehen zwar, dass vielleicht der Bruder, die Schwester auch nicht arg viel mehr glücklich mit der Situation sind, aber der Mensch ist oft so konzipiert, dass er glaubt, was er wahrnimmt, muss sein, sein. Und damit kumuliert sich das. Wenn du dir vorstellst, sind drei Geschwister, jeder spürt vom anderen die Themen mit, dann wird es ja schon allein dadurch mehr, dass jeder glaubt, dass alle Themen nur seine sind und es verstärkt sich unglaublich. Also wie viel mehr Leichtigkeit kann man auch schon mal allein mit der Frage, ist das wirklich alles meins erreichen? Und wie viel nehme ich von den anderen wahr? Und wie viel haben wir einfach seit Generationen eine ähnliche Umgangsweise in dieser Familie miteinander? Und ist es jetzt vielleicht möglich, die zu durchbrechen? Und nicht nur für dich alleine, also für dich alleine ist natürlich auch toll, erstmal geht es schon um dein Wohlgefühl mit der Familie. Aber wie viel können wir auch, kann jeder Einzelne, der für sich eine neue Möglichkeit im Umgang damit wählt, auch der Familie eine Erleichterung bringen? Weil wenn einer etwas verändert, verändert sich das System unweigerlich mit. Ich merke auf jeden Fall, ich freue mich schon total tierisch auf diesen Abend am 4. Juni, wo du kommst dann. und wir werden den Clearing-Abend um 19 Uhr starten in Baden-Wagen im Cottage. Wenn ihr mehr Infos möchtet, gerne, wenn du auf die Ingrid oder gerne auch mich. Und wir freuen uns auf jeden, der Lust hat, viel, viel rund um dieses Riesenthema von mir hier mitzuklären. Super. Und was mir noch ganz wichtig ist, es ist ein ernstes Thema. Ja, es ist super ernst. Und wer Lust hat, da zu sein, ihr werdet sehen, dass man mit dem noch so ernstes Thema auch Momente von Spaß haben kann. Also, die Art, so einen Clearing-Abend zu gestalten, ist nicht super ernst. Das darf es auch sein. Aber wir werden auch Spaß miteinander haben. Super. Und dann kommst du ja nochmal gleich hinterher. Ja, gleich im Juli kommst du nochmal nach Baden-Baden mit einem Foundation. Was ist denn ein Foundation? Ja, ein Foundation ist, von Access Consciousness, ein Institut aus Amerika, das ursprünglich Gary Douglas gegründet hat, und seit, glaube ich, schon bald 18 Jahren mit dem Dr. Day in Rio zusammen leitet und weiter kreiert. Es ist ein, wie man schon sagt, bei der Foundation eine Grundlage, also eine Art Fundament. Und das beinhaltet, es ist ein vier-Tage-Kurs. Es ist für viele erst mal, oh Gott, vier-Tage-Kurs, ja. Im ersten Moment klingt das nach viel. Es sind auch super viele Tools und Werkzeuge beinhaltet, die in diesen vier Tagen anhand von Beispielen, anhand von Fragen der Teilnehmer, anhand von Beispielen, die ich erlebt habe oder ich von anderen mitbekommen habe, erzählt, verwendet, geübt, gemacht, angewendet wird. Und diese Werkzeuge dienen grundsätzlich dem, dass du dein Leben kreierst, dass du dein Leben nähst und nicht dein Leben dich. Das ist lustig, ja. Aber es ist so, wie wenn du im Auto sitzt und das Auto fährt jetzt nicht durch die Gegend, wie bandgesteuert, kann auch schön sein. Und jetzt nimmst du den Lenker in die Hand und plötzlich brauchst du aber Werkzeuge wie Kupplung, Gas, Gang, Lenkrad, Blinker, keine Ahnung, um selber dorthin zu steuern, wo du hin möchtest. Und diese Werkzeuge sind dafür konzipiert, für sämtliche Lebenssituationen neue Möglichkeiten überhaupt erstmal einzuladen, was zu verändern. Also es geht schon um Veränderung, vor allem von Dingen, die nicht funktionieren. Alles, was in deinem Leben funktioniert, braucht ja nicht unbedingt Veränderung, vielleicht höchstens noch mehr davon, aber auch das ist möglich. Und die Access-Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie tatsächlich auch für jeden Menschen funktionieren. Also du brauchst jetzt nicht Therapeut sein oder Arzt oder irgendwas ganz Spezielles oder Coach, um das verwenden zu können. Ich hatte auch schon ein paar Mal die Fragen, naja, ich arbeite ja gar nicht in dem Bereich, dann ist es nichts für mich. Und ich mache aber die Erfahrung, dass gerade Leute, die auch einfach Hausfrau sind oder einen ganz anderen Beruf haben, vielleicht Buchhalter oder sonst was, in ihrem Alltag, in ihrem privaten Leben, aber auch im Beruf ganz, ganz andere Erfahrungen plötzlich machen und auch Veränderungen, die sie nie für Möglichkeiten hätten, vielleicht plötzlich sogar einen ganz anderen Beruf auch mit in Bedacht zu ziehen, überhaupt erst mal in Frage kam. Und andere wiederum bleiben genau da, wo sie sind, weil es ihnen echt Spaß macht und haben aber jetzt vor allen schwierigen Situationen Werkzeuge an der Hand, die ihnen ermöglichen, mit so viel mehr Energie dann auch damit umzugehen und auch danach viel mehr Energie zu haben. Wow, vielen Dank. Also ich kann es von meinen Erfahrungen bestätigen. Ich habe jetzt auch schon zwei, drei, vier Foundations gemacht, auch schon mit der Ingrid und jedes Mal danach steht meine Welt wieder Kopf, kann man so sagen, und verändert sich wieder viel, wird wieder viel klarer. Und ja, also von daher, ich kann es wirklich nur bestätigen, was Ingrid sagt und es ist wirklich für jeden, glaube ich, was dabei, weil so viele Bereiche abgedeckt werden. Und ich freue mich und ich bin total gespannt, was es diesmal ist, weil das ist immer so ein Überraschungseipaket, was verändert sich nicht planbar, nicht voraussehbar, was da passiert in den Foundations. Ja, und vielleicht noch ganz kurz zu wissen, also der Foundation selber macht schon eine ganze Menge an Veränderungen und auch neue Möglichkeiten und Türen auf oder zeigt zumindest, wo Türen werden im Leben. Entscheidend ist dann dennoch, was von diesen Dingen hast du danach Lust tatsächlich umzusetzen? Es ist so ähnlich wie eine Werkzeugkiste, die kann noch so gut sortiert sein, wenn sie im Keller steht und keiner weiß, dass sie da steht und sie wird nicht verwendet, dann kann natürlich das Bild auch nicht so gut im Wohnzimmer aufgehängt werden. So ähnlich ist es hier auch, also auch nach dem Kurs. Was dann alles im Leben an mehr Leichtigkeit, an mehr Möglichkeiten tatsächlich auftaucht, ist natürlich schon mit davon ein bisschen abhängig, ob es verwendet wird. Und dennoch passiert aber auch in den vier Tagen bereits einiges. Ja. Dann gehe ich einfach noch den Termin durch. Das ist vom 19. bis zum 22. Juli. Für alle, die interessiert sind. Also vier ganze Tage. Und der Kurs Ort wird in der Nähe von Baden-Baden seinem schönen Schwarzwald in Gaggenau nicht gemacht. Für alle, die interessiert sind. Ich bin bereit, Infos weiterzugeben. Und ich freue mich auf jeden, den ich dort neu kennenlernen darf und wieder begrüßen darf. Und ich freue mich, dass du dann nochmal da bist, Ingrid. Ja. Und für den Foundation braucht man als Eintrittskarte einen Barskurs. Ich weiß nicht, Marina, du bittest auch Barskurs an? Ja. Barskurs an. Und auch Anfang Juli nochmal einen. Also kurz vor dem, wenn noch Bedarf ist, wenn man den Barskurs noch nicht gemacht hat, werde ich eine Woche vorher einen Barskurs anbieten. Super. Ja, ich freue mich richtig auf Baden-Baden. Auf dich sowieso. Ich mag es einfach mit dir zu kreieren. Es macht echt Spaß. Und wir haben immer wieder neue, coole Ideen. Und ja, von dem her freue ich mich auch nächste Woche zu kommen. Super. Wir uns auch. Ich und hier stellvertretend, die nicht dabei ist, es ist nämlich noch meine Schwester Dorothea Rang, die mit kreiert. Und ja. Ja. Ich bin jetzt gerade beschäftigt mit etwas anderem. Gut, dankeschön. Bis bald. Ein ganz gutes Grüße zurück in Saarbeut. Ciao. Ciao.